Hallo Leute mit unserer neuen Geschichte. Unser Video ist heute sehr spannend. Deswegen möchte ich von allen like, share und subscribe. Lass mal uns ein Video starten. Let's go! Tee ist fertig. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Mama. Du siehst heute sehr fleißig aus. Dankeschön, Mama. Kommst du bitte zum Wohnzimmer? Ich und dein Vater werden etwas Wichtiges besprechen. Okay, Mama. Dankeschön. Bitteschön. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Schatzi. Franz, du hast uns versprochen, ins Urlaub zu gehen. Hohoho. Lass mich zuerst meine Arbeit fertig machen. Dann gehen wir Urlaub. Okay, wohin wollt ihr gehen? Wir wollen zu einer grünen Insel gehen, wo dort schönes Wasser zum Schwimmen gibt. Ja, Papa. Wir wollen zu einem schönen Platz gehen. Hohoho. Hohoho. Okay, mein Schatz. Und du, mein Maus, wohin willst du gehen? Okay, verstanden. Anna, was meinst du, sollen wir nach Malediven gehen? Dort ist ein schöner Meer und freche Luft auch. Dann können wir ein Haus neben dem Meer mieten. Wow, das sieht sehr schön aus. Ich möchte das wirklich sehr bald sehen. Ja, Papa. Ich will auch den Meer sehen. Okay, ich werde einen Flug für vier Personen buchen. Dann können wir nächste Woche eine ingenehme Reise machen. Endlich bin ich fertig. Hast du alles eingepackt? Ja. Und wo hast du Ticket und Pässe gelegt? In den Koffer. Welcher Koffer? Ich habe es in den guten Koffer gelegt. Ach so. Seid ihr bereit? Bist du bereit? Ja, wir sind bereit. Okay, let's go. Ja. Ja, ich bin glücklich. Schön. Okay, gehen wir. Komm, Lea und Willi, wir gehen. Oh, endlich, wir sind im Flughafen angekommen. Yay, wir machen einen tollen Urlaub. Ja, wir werden viel Spaß haben. Ja, wir werden viel Spaß haben. Ich wünsche euch eine angehmehme Reise. Danke, Mama. Danke, Mama. Und du pass gut auf dich auf. Ja, Tante, pass gut auf dich auf. Ja, Tante, pass gut auf dich auf. Okay, auf Wiedersehen, Mama. Wir werden uns wiedersehen. Tschüss, Oma. Gute Reise, ich werde euch sehr vermissen und du, Lea, pass gut auf dich auf. Okay, kommt alle rein. Okay, kommt alle rein. Komm, Lea. Komm, Lea. Warte bitte, ich bin zuerst. Herzlich willkommen im internationalen Flughafen. Wie kann ich Sie helfen? Ich möchte Sie nach dem Flug nach Mladiven fragen. Der Flug ist in Terminal 3. Nehmen Sie bitte Platz. Ah, danke. Und vor Sie wollen wir Ihre Kuffer wiegen. Okay, Anna, sitz dich hin, bitte. Und du, mein Schatz, bitte. Oh, guck mal. Diese Frau hat eine Tasche dabei. Vielleicht gibt's viel Geld da drin. Was glaubst du? Ja, kann sein. Aber wie werden wir es hinbekommen, diese Tasche zu klauen? Hm, ich hab's gefunden. Ja, ich hab einen guten Plan. Warte auf mich da. Ich komme rein. Okay, ich warte auf dich da. Ich habe von dir eine Bitte. Überwache den Weg. Vielleicht kommt Polizei. Du hast recht. Ich werde das machen. Ho, ho. Zu meinem Bosenplan. Hallo meine Dame. Hallo. Ich bin Flughafenangestellter und ich kann Ihnen schnell helfen. Geben Sie bitte Ihre Tasche und ich komme schnell zurück. Okay, bitteschön. Okay, bitteschön. Hier bitteschön meine Tasche. Du bist wirklich ein sehr netter Mitarbeiter. Wir sind immer für Sie da. Fünf Minuten, dann komme ich zurück. Okay? Keine Angst, ich komme in fünf Minuten. Okay, kein Problem. Okay, kein Problem. Komm, rennen. Will schnell weg. Komm, komm. Ja, komm. Ja, komm schnell. Hm? Können Sie Ihre Koffer da liegen, bitte? Okay, kein Problem. Anna, komm her, bitte. Ich komme. Können Sie bitte nur eine legen. Wir müssen das Gewicht wiesen, bitte. Vielen Dank für Ihren Verständnis. Ich mache das. Bitte den anderen Koffer hier legen. Okay. 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 Gewicht passt. Okay. Gehen Sie bitte weiter. Danke schön. Anna, Lea, komm mit bitte. Ja, wir kommen. Hallo. 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 Grüß, Gott. Grüß, Gott. Grüß, Gott. Läggen Sie bitte Ihr Koffer auf das Gerät, damit wir sehen, ob etwas Illegales drin, da drin ist. Mach ich. Oh, der erste Koffer ist gut. Nächste bitte. Ok. Diese Koffer auch gut. Kommen Sie bitte zu mir. Komm Anna bitte. Ja. So, der nächste Punkt ist Personenkontrolle. Kommen Sie zuerst rein. Ok, warte auf mich. Da? Ja, hier bitte. Ok, alles in Ordnung. Sie können raus. Sie sind Nächster bitte. Kannst du bitte Lili tragen? Ok, komm mein Maus. Bitteschön. Mh, alles in Ordnung. Sie können auch raus. Hm, das ist gut. Jetzt, du bist dran. Ok. Mh, alles in Ordnung. Du kannst raus. Mh, alles in Ordnung. Mh, alles in Ordnung. Mh, alles in Ordnung. Lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Die Ticket, Lilli. Tickets und Päse. Mh, alles in Ordnung. Mh, alles in Ordnung. Mh, alles in Ordnung. Tickets und Päse, bitte. Okay. Ein Flughafenangestellter. Er hat gesagt, er wird gleich kommen. Ach ja, stimmt. Er hat es mir noch nicht zurückgegeben. Es ist eure persönliche Tasche. Ihr dürft es niemanden geben. Ich glaube, ihr wurdet ausgeraubt. Ich werde die Polizei anrufen. Was? Ausgeraubt? Oh mein Gott. Oh, das ist meine Schuld. Ich rufe die Polizei. Keine Sorge. So ist Part 1 fertig. Wenn ihr Part 2 sehen möchtet, vergesst nicht Like und Share und Abonieren im Kanal. Tschüss, auf Wiedersehen.